Ich spiege da jetzt rein. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, der geht nicht über den Lenker. Ah, scheiße. Das war ja ein kurzes Rund. So, rüber deinen Schlumpf, dann haben wir da dran die Weile gefällt. Fässig immer mit Gas. Auf vorne, okay? Was ist da los? Oh, 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 oh. Hey, warte mal, du schiebst hier gerade den ganzen Dreck in die Schwinge. Was? Ich würde es knacken, oder? Ich hoffe nur Steine in der Bremse. Aber lass mal lieber. Den Rest schieben wir besser. Lass mal. Du drückst hier jetzt gerade den ganzen Dreck von hinten auf die Schwinge drauf. Ins Ritzel und so. Lassen wir lieber. Wollen wir neutral rein? Ja. Wollen wir mal. Danke ab. Ich lag noch hinten im Teichbad. Da, da haben wir ihn hoch. Da haben wir ihn hoch. Was sagst du? Entweder direkt vom Wall aus, dazwischen, das ist ganz flach oder so. Ich guck mal da, da so jetzt hoch. Nein. Ich gucke mal da, da wäre jetzt schön. Ich gucke mal. Küsse jetzt, ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich gucke mal auf. Sieg mal auf. Ja! Was ist das eigentlich für ein Becken? Ja, Regenwasser. So wie das riecht, ist das nicht nur Regenwasser. Das kommt auch nicht. Mir tut es nur leid wegen dem Geruch, aber naja. Wie steil ist die Kante hier? Wie steil ist die Kante? Weiß ich nicht. Wie ist die Kante? Aber das ist die Kante? Wie ist die Kante? Wie ist die Kante? Ich weiß nicht, was da noch nicht mehr ist. gute duftnote der fährt echt viel gestörter mit dem ding, unglaublich oh ben ja wie nicht reinschmeißen du bist echt schmerzfrei der ist echt schmerzfrei warum? ja wie er da gerade drüber bam das ist mein spielplan mach den helm doch zu ja mach fertig, mach doch mach dicke mach vertig Untertitelung des ZDF, 2020